Grüß euch, wir sind die Schülerinnen und Schüler aus dem Glas im Lienz und unser Team besteht aus der Anna, der Elli, im Luki und Leon und mir, der Eva. Unser Projekt ist die Erweiterung und die Sanierung des Lienzer Volleyballplatzes. Wir spielen selber viel Volleyball gerade im Sommer und uns ein paar Sachen eingefallen, die wir gerne ändern und verändern will. Durch einen ständigen Platzmangel im Dolomiten-Stadium Lienz sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir einen zweiten Volleyballplatz brauchen. Außerdem sind uns ein paar Erweiterungen eingefallen, zum Beispiel neue Sitzmöglichkeiten neben den Volleyballplätzen. Aber nicht nur einen neuen Volleyballplatz, sondern auch die Wartung von den vorhandenen wäre uns wichtig, wie zum Beispiel den Sand von den unzähligen Wurzeln zu befreien. Außerdem waren uns öffentlich zugängliche WCs noch sehr wichtig, weil das fein war. Es gibt zwar WCs, aber auf die kann man nicht zugreifen. Öffnungszeiten waren uns wichtig, dass die einheitlich gestaltet sind, weil es oft sehr verwirrend ist und man sich nie sicher sein kann, ob jetzt der Platz offen hat oder nicht. Mir und viele andere Volleyballspieler würden sich sicher über die Veränderungen freuen. Also, GEMMAZON!